Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred. Heute versuchen wir noch einmal den Weltrekord bei der Drachenhöhle zu brechen, der bei einer Minute zwei Sekunden steht. Das war, ähm, ich muss mal eben überlegen, wann das war, äh, 21... Oh, 21.12.2020 war das. Und jetzt werden wir versuchen, diesen Weltrekord zu brechen. Warte mal, was habe ich denn für Truppen? Ich habe erst mal überlegt, wir nehmen jetzt erst mal die Truppen mit. So, ich weiß ja ungefähr noch, wo die fallen sind. Und, ähm, ja, das Ding ist halt, Superbogies, wird es funktionieren oder wird es nicht funktionieren? Ich weiß es nicht, ansonsten habe ich jetzt... Das ist erst mal so die experimentelle Taktik. Wir werden es gleich nochmal weiterprobieren mit einer anderen Taktik. Aber warte mal, ich muss jetzt gleichzeitig das setzen und die... Diesmal werde ich meine Stoppuhr mitlaufen lassen, damit ich immer informiert bin, wo denn was genau sich befindet. Drei, zwei, eins, los. So, los geht es. Da war schon mal die erste Falle. Ich weiß, dass hier auch noch ein paar Fallen sind. Die müssen wir mal eben, ja, die müssen wir mal eben auslösen. So, eins, zwei, drei, vier. Zack, 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 zack. Mal alle drauf. König, Königin, Warden, ihr dahin bitte. Da muss auch mal gefreezelt werden. Komm, 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 komm. Oh, jetzt gehen die da oben drauf. Nein, jetzt gehen die tatsächlich da oben drauf. Okay. Okay, ich habe nur... Oh, ich habe nur einen einzigen Giftzauber. Den werde ich jetzt mal da draufsetzen. Die hocks da drauf. Wo sind meine ganzen Truppen denn hin? Hallo? Wo sind meine ganzen Truppen hin? Aber bisher sieht es gar nicht mal so schlecht aus, würde ich mal sagen. Ich glaube, bisher geht es noch einigermaßen. So, jetzt habe ich natürlich mal Amra gezündet. Habe ich die Helden letztes Mal gehabt? Hatte ich die... Oh Gott, hatte ich die letztes Mal dabei? Ich weiß es gar nicht. Oh, schnell, 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 schnell. Es ist auf jeden Fall eine neue Bestzeit. Oh, ja. 58 Sekunden. Hä, hatte ich die letztes Mal dabei oder nicht? Ja, hatte ich. Hatte ich auf jeden Fall. Ja, aber letztes Mal hatte ich die Gladie noch auf 22. Das war vor dem Update. Das war vor dem Update. Oder beziehungsweise es war nach dem Update, aber ich hatte sie noch nicht abgegradet. Ah, interessant. Interessante. So, die Helden haben auch wieder überlebt. Das ist natürlich sehr gut. So, wir fragen mal wieder an. Äh, ich brauche irgendwas, was ich noch nicht habe. Wir nehmen einen Zeppelin. Fragen mal an. Das ist ja die andere Taktik jetzt. Zwei Elektro-Drachen. 48 Luns. Es gilt zu schlagen. 58 Sekunden. Wir können ja noch eine nehmen. Dankeschön, meine Queen für ein paar Trübskis. So, ähm. Was könnte denn noch schnell sein, Bowler? Bowler könnten auch noch schnell sein. Äh, wir müssen aber noch irgendwas mitnehmen. Zwei Drachen. Äh, einen Loon. Und, äh. Warte, wir brauchen auf jeden Fall ein paar Sachen, die da... Paar Leute, die die Fallen auslösen. So. Was haben wir denn? Sechs. Äh, das ist, glaube ich, okay. Eins, zwei, drei, vier. Ja, und Rest, äh. Rest nehmen wir einfach nur davon. Also 58 Sekunden direkt im ersten Anlauf haben wir den... Haben wir den Rekord geschlagen. Ich weiß, dass Drache aus meinem Clan eine noch schnellere Zeit hatte. Ich weiß jetzt allerdings nicht genau, wie schnell er hat gesagt. Er sucht mir das Video noch raus. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das noch rechtzeitig bekommen. Äh, ja. Wir werden mal sehen. 58 Sekunden auf jeden Fall. Da ist noch Luft nach oben. So. Wir sind bereit. Ich lösche das mal eben auf meinem Handy, die Stoppuhr. So. Moment. Anselspieler. Drei. Ah, warte. Ich muss ja sowieso... Die Zeit geht ja sowieso erst los. Wenn ich draufgedrückt habe, diesmal nehmen wir den mal mit. Gucken mal drauf. Ah, ja. Zwei Elektro-Drachen gleich für den da oben. Die Loon ist natürlich gesetzt. Ja, das wird schon funktionieren. Drei. Zwei. Eins. Los. Da drauf. So. Wir warten mal noch ab. Hier da oben drauf. Können noch einige Luftfallen unterwegs sein. Aber das könnte funktionieren. Der Warden ist jetzt da vorne noch unterwegs. Da drauf. Oh. Ah, ein paar habe ich sogar erwischt. Ein paar haben wir sogar erwischt. Jetzt müssen wir gucken. Ich weiß nicht, ob ich den Drachen halt noch kriege. Ist das ein... Ist das ein Kriterium, dass wir den erwischen müssen? Ich weiß es nicht. Oh, es wird nämlich jetzt... Es wird nochmal knapp. Wobei wird es nochmal knapp. Komm, 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 komm. Oh, das wird eine Mega-Zeit. Das wird echt eine Mega-Zeit werden. Die Drachen sind alle unterwegs. Äh, die Loon sind alle unterwegs. Oh. 48 Sekunden. 48 Sekunden. Ich weiß halt nicht, ob das zählt, wenn der Drache nicht erlegt ist. Aber ich habe keine Wahl. Was soll ich machen? Ich kann ja nicht am Anfang erst den Drachen da rauslocken. Geht es vielleicht auch schneller? Das würde mich mal interessieren. Was ist denn mit nur den Kobolden? Wenn wir nur Kobolde mitnehmen. Nur Schleichkobolde. Wir nehmen da noch mit. Nur Freeze. Oh nee, wir blitzen einiges weg einfach. Warte mal. Vier Stück. Den Rest blitzen wir einfach mal weg, würde ich sagen. Wir testen das einfach mal aus. Wir testen das einfach mal, ob das funktioniert oder nicht. Jetzt muss ich sowieso mal warten, wobei ich kann noch gemmen. Äh, wir gucken mal drauf. Zehn Minuten. Alter, selbst mit Boost dauert das zehn Minuten. Was ist da denn los? Na gut, dann machen wir einen kleinen Cut. Schauen wir uns gleich wieder. Versuchen uns gleich nochmal. 48 Sekunden. Also erst 58, dann 48. Gleich geht es weiter. Bis gleich. Okay, wir sind zurück und es gilt 48 Sekunden. Schlag, oh Gott, oh Gott, oh Gott, mein Handy. Ja, das sollte man vielleicht in der Hand behalten. So, 48 Sekunden, das ist Einzelspieler. Wir warten ja auf die nächste Challenge. Clash of Clans Team, wir warten auf die nächste Challenge. Äh, okay. Ich habe zwei Drachen dabei für das Außen. Äh, wir nehmen das mal mit. Wobei nehmen wir nicht. Ich glaube, wir machen das diesmal mal ein bisschen anders. Oder? Machen wir das? Nehmen wir, wir lassen es mal so, wie es war. Drei, zwei, eins. Los. So, jetzt darf ich keine Zeit verplempern. So, zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Eins, zwei. Und jetzt die restlichen Bowler da hinten drauf. Hier da drauf. Gefrieselt. Zack, zack, zack. Okay. Dann nochmal drauf. Und jetzt gucken wir einfach mal, oh, die Queen nochmal eben gezündet. Ja, das ist jetzt natürlich das Problem. Die sind jetzt relativ langsam. Deswegen setze ich die Zauber einfach schon mal dahin, dass die mal ein bisschen schneller da vorne hinlaufen. So, da noch drauf. Gladi gezündet. Oh Gott, der fällt. Nein, der Mauervernichter, oh Gott. Der Mauervernichter war so langsam. Der Mauervernichter war so. Komm, König, bitte hilf uns. 38 Sekunden. Ah, die müssen sich jetzt erst um alles kümmern. Das ist zu langsam. Das ist zu langsam. 44, 45. Komm, 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 komm. Okay, ist zu langsam. Das ist zu langsam. Aber auch wieder schneller als letztes Mal. 53 Sekunden. Ach, Mann. Ich glaube, der war echt zu langsam, der kleine Kollege Mauervernichter. Der war zu langsam. Boah, wie lange ich jetzt warten muss? Alter, jetzt haben wir einmal angegriffen, haben 53 Sekunden Spaß gehabt. Jetzt müssen wir wieder jahrelang warten, bis hier was fertig ist. Aber ich will das auf jeden Fall noch einmal probieren. Wir haben ja eh schon einen Rekord geholt. Sechs Minuten dauert das, bis ich meine kleinen Fratzel habe. Ich bin mal echt gespannt, ob das funktionieren wird. Denkt dran. Es muss alles zerstört werden. Komplett. Aber ich glaube, ich glaube, da geht was. Wobei, warte mal, vier Erdbeben sind, glaube ich, zu viel. Allerdings glaube ich auch nicht, dass wir einen Gift brauchen werden. Aber einen brauchen wir bestimmt. Da habt ihr recht. Einen Gift brauchen wir bestimmt. Vielleicht auch zwei Gifte. Ja, warte mal. Ja, zwei Gift denke ich mal auch. Zwei Gift denke ich mal auch. So, nehmen wir mal zwei Gift mit. Wir machen kurz einen Cut. Es gilt zu schlagen. 48 Sekunden. Wir hatten 58, 53 und 48. Bis gleich. Okay, wir sind wieder da. Ich habe leicht umgebaut. Ich habe noch neun normale Kobolde mitgenommen und habe echt eben schon einmal gesetzt und hatte gesehen, ich habe nicht alle Helden. Das war natürlich super blöd. Das darf jetzt nicht nochmal passieren. So, warte mal. Drei, zwei, eins. Jetzt. So. Eins, zwei, drei. So. Zack, zack, zack. Mal eben die Fallen geholt. Ja, ja, ja. So. Erste Runde. Zweite Runde. Zack, 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 zack. Kriegen wir das geblitzt vielleicht? Nein, kriegen wir nicht geblitzt. Das war auch mal wieder super blöd. Holt euch doch die Koboldhöhle mal eben schnell, Leute. Holt euch die Koboldhöhle, holt euch die Koboldhöhle. Warte, wo lauft die hin? Ach, die laufen jetzt schon zu allem hin. Oh. Oh, die sind schon zu allem hin, glaube ich. Ich war gerade komplett verwirrt, einfach nur. Ich war gerade einfach nur komplett verwirrt. Ja, gut, dann kriegen wir es vielleicht trotzdem noch hin. Ah, die habe ich nicht mal gesetzt. Ach, mein Gott, ey. Es ist vielleicht sogar ein Rekord. 42, 43, 44, oh mein Gott. Es riecht mich so auf, dass wir jetzt so einen Rekord haben. Obwohl ich alles falsch gemacht habe. Das riecht mich so auf, deswegen werde ich das jetzt nochmal machen. Das ist einfach nur... Ich habe alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Habe so viele Blitze verschwendet an die Koboldhöhle, habe ich gesagt. An die Drachenhöhle. Das ist peinlich. Deswegen jammen wir das jetzt auch fertig. Ich habe keinen Bock mehr ab zu warten. So. Ah, es müsste aber funktionieren. 44, wir nehmen wieder einen davon mit. Auf jeden Fall. Ja, Gladi dauert noch, aber ansonsten... Ich habe eh so viele Gems, ich weiß nicht wohin damit. Von daher, es ist vollkommen egal. Es ist wirklich vollkommen egal. Ich habe immer noch 7000 Gems. Es ist kein Update in Sicht. Von daher, wofür soll ich diese Gems ausgeben? Das ist ja die Frage der Fragen. Die Gladi war noch am pennen. Die machen wir jetzt mal eben fertig. Wir warten jetzt mal eben auf Truppen. Es gilt 45 Sekunden zu schlagen. Das kriegen wir locker hin. Das kriegen wir sowas von locker hin. Erstmal einen Schluck Kaffee. Moment. So. Jetzt geht es rund. Jetzt geht es rund. Jetzt bin ich sauer. Jetzt bin ich wirklich sauer. So. Jetzt bin ich wirklich sauer. So. Los geht's. Moment. Drei, zwei... Ich werde jetzt übrigens gleich nicht reden. Ich versuche so wenig zu reden wie möglich, damit ich mich konzentrieren kann. Also nicht wundern. Drei, zwei, eins. Los. Warte. So. Jetzt da oben den Rest. Es sieht noch ganz gut aus. Es sieht noch sehr gut aus. Es sieht immer noch sehr gut aus. Gladi, kommt, Leute. Beeilung, 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 Beeilung. 30 Sekunden. Kommt, Leute, jetzt. Ich habe keine Kobolde mehr. Ah, doch, jetzt laufen sie da hin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Drei, three, 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 three. Komm, beeilt euch doch, beeilt euch doch, beeilt euch, 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 beeilt euch. 41. Ah, Mann, ich weiß doch jetzt auch nicht. Ich hätte mir vielleicht noch zwei, drei Kobolde übrig belassen sollen für die Dravenhöhle, aber es war schon, es war schon sehr schnell. Also 41 Sekunden, da kann man wirklich nichts sagen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war ja mal wieder eine etwas andere Episode. Wenn es keine offiziellen Challenges gibt, muss man sie sich selber machen. Wenn ihr das geschafft habt und ihr wart schneller als 41 Sekunden, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare bzw. ein Beweisvideo. Ihr kennt meine E-Mail-Adresse, codembf at gmail.com. Könnt ihr mir gerne ein Beweisvideo schicken. Dann werdet ihr in der Rangliste aufsteigen auf Platz 1. Ich bin gespannt, ob ich da eine Sendung bekommen werde. Ansonsten sehen wir uns in einer neuen Episode wieder. Macht's gut. Dankeschön fürs Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.